Wie immer gehe ich rechts, oder? Ja, Pullhead, wir müssen jetzt Kopf geben, also richtig. Ja! Dann auf A Kopf geben, dann chill. Mach's pup pup pup, alle down. Hau, du kannst auch über C rennen und dann die Vtreppe runter, ne? Jo. Nur Headshots. Ich schieße euch jetzt die Wand auf. Sekunde. Musst du nur eben sehen. Wo ist sie denn? Hier leuchtet irgendwas, ich seh die Wand nicht. Sieger, Mauer. Ich seh die nicht, wusste ihr denn? Das wird nix, Bullhead. Doch. Der fail, ne? Alter. Ah, passt aus, Sieger. Das war knapp. Bullhead, kommst du weg. Ja, ich krieg schon Hits. Einer ist hier. Ja, bei mir. Bleib einfach da irgendwo stehen. Ah! Bullhead! Der ist da oben, in dem Zwischending. Lol. Hast du den nicht gesehen? Einer oben. Kämpfer aus. Woher hab ich jetzt die RPG mitgemacht? Fuck. 3, 1. Max, wusst der da? Ja, da an den Rollen. Wieso steht da unten einer, Party? Wieso, wie kann der da an euch vorbeilaufen? Halt die Fresse! Down. Bin is born. Aber das war der Yusey, der war hier noch irgendwo. Ja, da ist er im Haus hinten dran, Party. Hat mich. Und von der Brücke. Ah, hinter mir war noch mal einer. Brücke, ja. Aber ich bin so gut wie tot. Jetzt bin ich tot. Kämpfer, wo der steht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier links gleich... Fuck. Ja, allerdings kannst du flinken. Der steht in dem Head. Den krieg ich nicht. 3 ist tot. Also, wenn, dann müsst ihr rechts durch, weil links geht hier nichts. Sind Construction oder Container welche? Construction 2, ja. Einer ist runtergejumpt, wir weifen sich. Ja. Ja. Beide Daumen. Nice. Kriegst du mich noch? Danke. Kleines Construction noch hinten. Ich hab übrigens immer noch keinen Spot. Ach, der steht da noch. Lol. Kleines Construction, ja. Ja, WTF, du rennst da einfach... Du rennst da einfach... Was weiß ich, was klein ist. Alter, Mann! Zwei da. Zwei da. Jo. Zwei am Bus. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Der ist U-Low da, der Ding. Einer ist da. Ich spawn und bin tot. Wo ist der Typ denn hier? Keine Ahnung, der steht immer noch hinter diesen Kabeltrommeln da hinten. Hat nicht. Keine Chance hier. Wieso rennt ihr da alle rein, Alter? Wieso? Ja, ich spawne nur. Was soll ich machen? Einer läuft schon links durch. Äh, ist wieder gespawnt. Wieder zwei kleine Construction. Ich verstehe nicht, wie alle da rein eigentlich sind. Pass auf, Straße steht schon. Wohl, lass jetzt rechts gehen, Alter. Wohl, lass jetzt rechts gehen, Alter. Oder was weiß ich was. Da ist einer. Oh, ich häng halt wieder, GZ. Hinterm Haus, auf C. Das ist so behindert. Im Haus, drinnen. Auf C. Da auch noch. Enemies Soldiers spottet. Over. Warte, ich hab mir gespottet. Ja, ich krieg von C hin. Bei mir ist Braun oder Havut. Die werden uns jetzt hier abcampen. Achtung. Die sind auf C, ja. Ich glaub, der hat keine Ammo mehr da. Ja, ja. Triffst eh nichts. Wo steht denn der andere da noch, Patti? An der Mauer. Vor mir. Ja, mach mal. Ich hab Nade. Ja, nein. Verboot, wir down. Ich fand C wieder hit. Ich auch. Irgendwie vor uns ist der Max. Soll ich mal aufmachen? Ja. Fuck. Unter dem Poteno drinnen. Grasse, auf der Straße. Acht Runden, kommt vor zu euch. Ja. Keine Muni mehr. Fuck. Das ist komisch. Fuck. Ja. Ja. Ich hab einen. Ja, tot. Keine Muni mehr. Fuck. Einer down. Nein! Nice, ey. Hab ich auch. Nice. Nice. Roll, hab ich ein Disconnect? Nein. Bei mir lagts auch. Timeout. Also bei mir geht's gar nichts mehr. Ich kann mich noch drauen. Seid ihr noch drauf? Ja. Ja, aber ich... Mach ich jetzt immer oben durch. Und dann Timeout geht's. Crossbite verliert. Und dann Auto. Aber fuck. Ich hab halt bitch. Auto und hinterm Bich. Alter, er träumt mich halt mit dem... ...I don't know well, ne? Ich kann auch nicht mal reconnecten, alter. VPL-Servers sind die dreckigsten Servers. Ja, keine Chance. Untötenbar. der stirbt halt nicht von mir ja rechts hinter uns im Haus hinterm Haus sag's doch ja da ist schon jemand gekommen wo ich gerade wenn es war der läuft am gelben Container bei C um ja ja jetzt kommt Farbschirmermeldung mal nicht ras aus mal auf A hat sie gesagt ich bin Overwatch drin ja gut dann gehe ich B Cap ich werde beschossen von Brücke alter unten Rampe das ist so fucking kacke hier einer Overwatch oben drin einer unten an der Brücke dran die ist block unten am Truck jetzt das ist geht mitten durch kommt er jetzt hinter dir hinter dir ich war eigentlich schon tot in der Brücke spontane einer da ja da fack das steht einer Ja, er hat mich. Hab ich. Neue. B Straße. Panic, spawn bei dir. Ja. Alter, ich sterb hinter der Mauer. Ich konnte nichts machen. Reiner noch Overwatch unten drin. Rat mich. Verteilt ihr zu dritt, aber wir versuchen zähl zu kriegen. Und Container. Ey. Ney. Er hat er gespottet, ne? Was? Wo? Hier vor, rechts und hier. Den auf dem Minimap nicht sehen. Ja, da an dem Container. Ja, es sind zwei Mann jetzt, glaub ich. War es nur einer? Kann schon. Einer schlägt am Bus und... Fack, einer kommt schon Treppen auf A, Treppen auf A kommt schon. Kommst du wieder hoch, Patic. Hier am Bus hin. Hier schon Cap dann? A halt. F. F. Oh Mann. Oh Mann. Mann. Äh, A. Das bringt mir nichts. Es geht nichts rein in die Leute da. Bei mir geht nur bei Usain nichts rein. Im Haus gegenüber bei C. Warte, warte. Warte, warte. Wie viel Hilfe? 71. Okay. Am C. Die war von 20 Prozent. Geben wir auf A. Zwei bei B. Wo waren die auf B? Brücke. Einer unter der Brücke. Einer ist down. Auf Brücke, drauf einer. Down. Sie gehen einfach so instant. Immer noch unter der Brücke, drauf. An der Säule, einer dran. Habt ihr A? Zwei da, M-Komm-Haus. Komm da rein an den Spielgarten. Drei gehen jetzt auf A oder so. Ja, da vier zu A. M-Komm-Haus unten, wo die M-Komm ist. Keine A, oh mein Gott. Unten im M-Komm-Haus. Und oben, drauf. Unglaublich. Ich treff nichts. Toll, da ist ein Baum. Ich kann nicht sehen. Unter der Brücke. Emo leer. Oh man, ey. Fuck. Ich hab halt ne schlechte Pose. Ich spawne lieber bei Panic. Ja. Kommt jetzt Rampe runter. Und tötbar. Falk da unten noch einer. Fällig. Zur Treppe. Bullet. Soll ich jetzt B bekommen, wär schon mal nice. Dann verlieren wir immer nicht 52. Ich darf nur nicht sterben. Ja, Max darf nicht sterben. Wohin geh ich dann? Ja, in B. Aber Max steht links und der stirbt dann. Der geht mit mir jetzt auf A noch. Ja, as usual immer ich. Alles klar, Baus. Weil Max läuft mir hinterher, lol. Max läuft immer über A. Bullet Camp. Ich mach jetzt die Taktik, die der da gemacht hat, ey. Ohne Scheiß. Headshot geben ist der Plan. Ja. Oder so ähnlich. Ja, ich bin schon dauernd instant. Ich schaff's einfach, ich schaff's einfach jedes Mal nicht rein zu kommen. Hatti, bist du oben durchgelaufen? Nein. Ich bin nur vorne in der Garage, wo die M kommt. Da sind zwei bei dir. Max kann von mir spawnen, wenn keiner mehr ist. Ah, fuck. Die Brücke steht schon. Keine Chance. Aber jetzt zu zweit. Links ist auch einer, Max. Aufpassen. Ja, nice. Bullet, ich geh vor. Ich decke noch Rampe ab, dass die da nicht auf A geht. Ich guck rechts. Auf ihm spawnen? Sie doch. Bei mir. Ich krieg schon B. Von der Brücke. Warte, okay. Bin da. Go. Pass auf Seite. Hab ich. Ich komm nicht mal hier hinter. Lauf mir nicht nah. Der rechts ist dort. Von der Brücke kellen. Ja, Brücke hat nicht. So viel zu pressure. Brücke ist down alles. Camper. Ja, die sind schon auf A, Leute. Jo. Ich seh schon, wie ich gleich von 10 Seiten hier beschossen werde. Digga, was machst du da, wenn ich verlaufe? Ich warte, bis du spawnst, oder bis ich nicht ins Umfalle. Einer down da A. Ja. Ja. Wieder auf beiden Posys. Guck, das meine ich. Container. Ja, warum ist der denn nicht gelaufen? Weil der doch oben gewartet hat. Labbad nicht. Sport bei mir. Ich mach doch nicht denselben Fehler wie du. Wer hat oben gewartet? Wer hat oben gewartet? Der Gegner, der gerade von oben kam, der hat die ganze Zeit da gewartet. Und du bist ja auch von hinten gestorben und der hätte auch auf mich geschossen. Und von dem Container. Ja. Wer traut sich alleine B zu, kann ich gehen. Drei Mann down bei A. Drei Mann bei A. Drei Mann bei A. Oh shit. Bisschen leiser. Vielleicht ganz nice. Havut zwei Stück vor dir. Am Pfeiler. Down. Ah, jetzt noch einer. Ja, einer muss ziehen, ne? Durchzielen. Hinter mir schon. Havut. Ah fuck. Täter kriegt ihr jetzt ein C? Nö. Das war eigentlich nur als Ablenkungsmanager gedacht. Dass das schief geht war klar. Alter, es ist so hart. Die decken sich ab wie die letzten Affen. Er auf der Brücke ist down. Es ist doch klar, dass einer auf der Brücke ist. Patrick. Da kommt einer. Ja, aber ich hab geguckt, da hat er doch nicht. Da wollte ich einen sehen und dann... Die Links sind down. Ich sehe keinen auf der Brücke bis jetzt. Noll, links. Oh mein Gott. Links, 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 Havut. Noll, hinter mir. Ja, unter der Brücke. Ab mich. Da kommt jetzt noch die Brücke hoch. C geht hier. Die Brücke ist down. Wir haben C-Cap. Gelber Container. Ja, er hat mich vor dir abgeschlossen, aber... Direkt vor dir, Max. Und, Leute, jetzt wieder einer von der Brücke. Ja, er hat mich gesehen. Ich hab 10 in die Mühe. Kommt, eine, ein Sport bitte. Loll. Komm bei mir aber nicht. Der ist da an dem Auto. Der ist Ulo. Ja, down. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Geiler Sport. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Eine Brücke wieder. Ab einen. Welchen? Den auf der Brücke, oder was? Nein. Die Brücke. Der hier gebucht ist. Ab einen. Ich tue. Construktion steht einer. Construktion. Construktion ist down. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Brustbomb. Er stirbt nicht. Oben auf der Brücke drauf, oder? Brücke. Lauf. Ziel wieder. Ja. Slow bei der Brücke. Fuck. Oben. Was du? Hinter uns. Ja, von drei Seiten. Eine Brücke noch down. Ich tue. Der Spawn ist sinnlos. Ja, er ist sinnlos. Eins. Zwei. Zwei. Fack auf. Container. Ja. 2 im Container. Ja. 2 im Container. Ich werde sie gerade nicht hinter der Wand, wo ich gestorben bin. 2 im Container im Container bin. Ein down. Geh die Straße nicht runter, 2 warten. Links. Links zwei. Links einer gespawnd. Er gespawnd ist es down. hafft recht unten strafe habt ihr den hier links noch raus noch aus aus fehlt einer steht vor der base an den steinen hinter uns wieder bei c aber der lebt noch einer ist auf der brücke drauf von ja da oben in der ecke noch habe ich bin schon tot von rechts kann euch auch ich habe ihn gespottet aber ich sehe nicht alle ist im haupt einer unter mir nein drei hier bei a und wir verlieren c was ist da los was ist da los wie ist das jetzt mit dreimal bar und einer bei b haus down ja keine chance ich sterb jetzt wo sind die max der brücke jetzt schreckst du auf westburg ich bringe snipe aus oben drauf hinter mir ist einer auf der straße normal der spieler platte und einer konstruktion und einer da an der brücke der ist bei mir ist hinten an der brücke der spieler platte und einer kommt über meine luft Der Leiche links. Der Waffi. Steht da vorne am Bridge. Er wollte gerade nicht sterben an der Brücke. Da steht noch einer. Wo denn? Da steht auch da vorne an der Mauer. Da ist Panic. Wie weit? Da ist ein 2 Mann. Der kommt einer von hinten. Ich geh wieder am Bus hin. Nicht beide jetzt hier spawnen von euch. Hatte ich noch mit auf A. Soll ich auch noch auf A spawnen? Jetzt kommen wir doch auf. A oder C. Alter Alter. Vergiss A Junge. Vergiss es. Vergiss es. Wir machen mit C. Ich bin krank. Die da die Spawns abbringen. Ja es gibt auch nicht die Spawns. Fuck oben 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 links. Ja. Alter ich. Das kann einem nicht erzählen. Ja es steht in der Wander auch. Film fänd ich jetzt mal so. Punk Buster. Alle 5 runter. Hack. Violation. Bamm. Aim Hack. Da steht jetzt Rocks hinten oben. Raffi Fail-Aktion, die stehen einfach so defensiv jedes Mal An so guten Poses Ich krieg die nicht weg Wenn ich die Fels bin ich tot Habe ihn? Raffi down Geht die Reausgleich Emi, ich bin jetzt hier F Du musst mich verarschen Oh, Selbstmord Läufer hat A, kriegt er mich Jetzt M, komm rein Down Hau, doch du schweißt immer meine Nähne Ja, hab ihn Einer Rampe A Läuft jetzt auf der Bullard Harwood Okay, hab ich Lol, Alter, 150 Meter jetzt schon Einer Daumen, da Die Rätten da, die Rätten auf uns, okay? Hier ist noch einer, der kommt jetzt irgendwo Ja, bin da Hinter mir rum Auf der Brücke, drei Mann Auf der Brücke, drei Mann Hinter und Flügel, unten rechts Lauf dem Strich, denk ich mal Einer auf der Brücke, auf meiner Leiche Ich mach jetzt eh selbst im Hotel aus, siehste Warte mal, wo ich sie angreife, mein Sport nicht da Rampe unten, einer durch, der geht Äh, A Treppe Hier geht's Am Container Am Container Am Container, fuck Am Container Dome Nur unter anderem Unter 200 Tickets Verlieren A, Loi Ja, ich spawn auf A Ah, ist nur eine Wo? Das wisst ihr am Ja, nur eine, zwei Ja, ich wusste nicht, dass du auch im Camp bist Ja, keine Chance Du wirst ja auf B-Camp fallen Hat nicht Ah, das überleben wir also Aber ich bin der Schrank, der ist grad da noch Am Ding Da ist Downer-Filer, noch einer da Was? Container noch Und Brücke hier oben So, Brücke hat mich Und hier von A Und von A Jawoll, Mann Was ist denn los, ey? Das wird nichts mit 200 Tickets Unter 200 Tickets Wir sehen mich nicht Ach, Bus Ich block B Ich block B Steht bei mir rein Steht da einfach Macht nichts Ja, ein Teil von links Platz 3 mit Flachse Ja, keine Chance, du kannst Hat mich auch Flachse Das war halt keiner von denen im Cap, ne? Ne, echt? Ich konnte mich im Cap noch hinlegen Und hab alle vorbei gelaufen Lange auf der Brücke Einen Schritt raus, du bist tot Wie ihr jetzt spawnt WTF Ja, Brücke ist down Ich spawn random neben euch Jo, rechts Nice Ja, mich Hauf, guckt halt nur zu Ja Du hast doch gekriegt Oben an dem Headlitch am Filer Sack mal, ich gucke ey Oh mein Gott Ja, am Pfeiler ist da oben am Headlitch. Was, der ist down? Ja. Nice. Und jetzt Headshot gegen NP. Ich habe nicht einen Hitmarker auf den bekommen, ich habe ihn aber nicht gesehen. Noch einen kill mit NP. Spawned bestimmt keiner mehr jetzt. Müssen A-Cappen. Darf man eh nicht mehr. Ja. Ich kann ja von ihm spawnen. Nice. Spawned, leider einer bei A, jede Wette. Ja. Ja.